In dem Lied geht es um die Flüchtlingskrise und um den Rechtsdruck, der in der Zeit entstanden ist und wie hilflos man teilweise nur diesen Entwicklungen zuschauen kann oder jedenfalls fühlt man sich so. Der Song heißt Wrong Movements. Die Flüchtlingskrise Die Idee ist ja schon ein bisschen alt, wir haben ja jetzt die 14. Ausgabe von dem Fest und damals ging es vor allem darum, diesen doch eher rechtsbesetzten Platz mal einen anderen Anschein zu geben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und die zweite Idee ist, die ganzen Akteure miteinander zu vernetzen und den Bürgern zu zeigen, wo man sich überhaupt überall engagieren kann. Just pull the trigger und reload, reload, reload. ... ... Musik Genau, also ich lege mal los mit der Frage, was ist überhaupt ein Kinder- und Jugendparlament? Kannst du mir das sagen, Jonas? Ja, das kann ich sehr gerne beantworten. Beim Kinder- und Jugendparlament geht es darum, Kinder- und Jugendlichen eine stärkere Stimme auf der politischen Kühne zu geben. Ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Song und nachdem der letzte so traurig war, wollen wir euch nicht so entlassen. Wir spielen jetzt unseren ersten Song, den wir jemals geschrieben haben, also in der Konstellation jedenfalls. Er heißt Naked on a Festival. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, make it on a festival, make it on a festival, make it on a festival, make it on a festival. Dankeschön! Dankeschön! Ich würde sagen, es war unser erster Auftritt und ich bin sehr froh, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Dankeschön! Jetzt kommt... Danke! Viel Spaß jetzt mit den Knattertones da hinten. Die reißen hier nochmal die Bude ab. Genau. Danke! 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 Danke!